ich irgendwo runter springen lande ich hier irgendwo eine hier drüben irgendwo ja ja toll sein herz habe ich schlüssel hatte er nicht für mich ich habe nur sein herz gekriegt könnte runter springen da lande ich aber wieder im untoten bereich beziehungsweise im untoten bereich die pilze die herumliegen bringen nix ich habe ihn einfach nur getötet damit er weg ist okay auch gut sind jetzt mittlerweile alle level 23 sinken ganzes stück hinterher das macht aber nicht so viel aus weil ich denke mal hier weiter raus wird sich niemand verirrt haben also da bleibt uns nicht mehr viel wir haben damit fünf von sieben liches gekillt da würden wir ein gold key noch brauchen aber ich weiß immer noch nicht wo wir den herkriegen hier sind jedenfalls golems die ich einfach die kunst zu akten kann und zwar durch ist eigentlich auch ein konstrukt ja auch ein konstrukt lustig da da Ja, lassen wir den mal ein bisschen kreisen. Hm. Gut. Das war eigentlich alles. Nicht ausmachen bringt nicht viel, aber damit haben wir auch den Teil des Great Stairways abgeschlossen. Hä? Zwei. Dieser Wegreisende kommt, trefft er uns mit euch nur ein Stück weiter. Hm. Das schreit fast schon nach Endboss. Also gehen wir nochmal durch. Ich habe fünf von den Turms gemacht. Die zwei hier. Den hier. Den hier. Und den hier. Ja. Oh nein. Das Besiegen unserer mächtigen Lich Lords ändert nichts an der Aufgabe, die vor euch liegt. Die Waffe der Macht ist abgenutzt und alt. Nichts kann getan werden gegen diese kleinen Insekten. Tyrael never stood a chance. Just as Torum never did. Oh. Nochmal. Leave our Amnities games behind, they are useless to you now. The Power Gem will do nothing. You have been lied to by your people again. Believe us. There is actually no way out of this maze, Panimortis. Here you will surely starve. The way out of this Labyrinth is in another level. You will be stuck here forever if you do not turn back. Okay. 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 Ah, ich bin wieder am Anfang, oder? Mhm. Das portet mich schon. Das portet mich. Das portet mich. Sind zu viele. Hm. Die nördlichen Reiche werden unser sein. Und ich habe keine Fackeln mehr. Mist. Das ist schon mal richtig hier. Die ist auch richtig. Ah ja, ich bin wieder hier. Ja. Ja. Nur Meister aller Skills können uns besiegen. Die will never store the chance. Muss ich hier wieder Artefakte anlegen? Nein. Hm. 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 Hier brennt eine Fackel. Das ist wieder der Ausgang. Okay. Okay, die Fackel kann ich rausnehmen, weil hier passiert nichts. Wenn ich sie reinstecke. Da passiert jedoch was. Hm. Die ist richtig, ja. Oh. Dann gucken wir mal kurz hoch. Endboss? Okay. 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 Oh, das ist einer von den Lidschlots. Gut. Das war Schild, das wollte ich auch nicht. Jetzt. Was ist das? Ich habe gerade was geöffnet. Okay. Was machst du? Du machst woanders was auf oder zu. Okay. 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 Ich sehe, worauf das hinausläuft. Und viel zu viele Watcher. Okay. 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 recht. gut ich würde mal ganz einfach vorschlagen dass ich mich in einer ecke verkrümeln so tot gekriegt habe so hier einfach hin